Der Jenseits des Schwarzgebirges heraufzog und den Himmel im Osten in Brand gesteckt zu haben schien. »Das ist der Sieg!« war Ogan überzeugt, während er vom Rücken seines Pferdes aus auf die nördliche Hälfte des Orkheers deutete. »Seht ihr das? Die Unholde fliehen! Sie ergreifen vor unseren Kämpfern die Flucht!« Der untersetzte Zauberschüler unterstrich seine Erleichterung mit einem silberhellen Lachen, das ihm jedoch im nächsten Moment auf den Lippen erstarb. »Ogan!« Faravin fuhr zu dem Aspiranten herum. Mit weit aufgerissenen Augen und starrem Blick saß Ogan im Sattel. Blut ran aus seinen Mundwinkeln. »Ogan!« Faravin riss sein Pferd herum und wollte zu dem Jungen eilen, aber jede Hilfe kam zu spät. »Ogan!« Ogan kippte nach vorn und fiel seitwärts aus dem Sattel. In seinem Rücken steckte ein Pfeil. Und im selben Moment erhob sich vom Siegstein her wüstes Geschrei. Und eine Meute gedrungener Gestalten war zu erkennen, die in gebückter Haltung heranstürmten und dabei mehr an Tiere, denn an Menschen erinnerten. Die Naidora! »Ogan!« »Granox sah den Freund leblos aus dem Sattel kippen. Fassungslos starrte er in die Kristallkugel. Eben noch war er Zeuge gewesen, wie die Zauberer von Jakara über Margoks Mordwerkzeuge triumphiert hatten. Und plötzlich hatte dieser Triumph einen bitteren Beigeschmack bekommen. Ogan war gefallen, der Elfenjunge, dessen Rehgas darin bestanden hatte, es regnen zu lassen, und der niemandem je etwas zu Leide getan hatte. Und alles, was Rorak dazu einfiel, war spöttisch zu lachen. »Was denn?« fragte der Zauberer mit hämischen Grinsen, das verriet, dass Ogans Tod ihm Genugtuung verschaffte. »Habt ihr geglaubt, dass wir euch den Sieg überlassen würden? Eure Freunde dort draußen mögen einen kleinen Vorteil errungen haben. Die Schlacht hingegen haben sie noch längst nicht gewonnen. Vielleicht hat sich euer dicklicher kleiner Freund einfach ein wenig zu früh gefreut. »Dafür wirst du bezahlen,« konterte Granok, »ihr alle werdet dafür bezahlen, das schwöre ich euch.« Hilflos zerrte er an seinen eisernen Fesseln, aber natürlich gaben sie nicht nach. Rorak hingegen lachte nur noch ein wenig lauter. »Deine Drogen sind wie das Zischel deiner zahnlosen Schlange, Granok von den Menschen. Was willst du? Deine Ketten sprengen, dich mir zum Kampf stellen oder gar dem Dunkelelfen selbst?« Widerlachte er, doch Granok hörte gar nicht zu. »Hogan war noch ein halbes Kind,« knurrte er. »Es war ihm noch nicht einmal vergönnt, seine Ausbildung zum Eingeweihten zu beenden.« »Oh, oh!« Roraks ohnehin schon von Falten zerfurchtes Gesicht zerknitterte sich noch ein wenig mehr. »Es betrübt mich wirklich, das zu hören. Aber vielleicht hätte er sich einfach aus Dingen heraushalten sollen, die ihn nichts angingen. Genau wie du, Mensch. Hast du im Ernst geglaubt, etwas gegen mich oder den Dunkelelfen ausrichten zu können?« »Befreit mich von diesen Ketten,« forderte Granok ihn auf. »Dann werdet ihr sehen, was ich gegen euch ausrichten kann.« »Dein lächerlicher kleiner Zeitzauber wirkt nicht bei allen Kreaturen. Das solltest du inzwischen bemerkt haben. Oder willst du es im direkten Schlagabtausch mit mir aufnehmen?« Der Abtrünnige schüttelte sein kahles Haupt. »Was seid ihr Menschen nur für eigenartige Kreaturen?« »Unbekümmert wagt ihr euch hinaus in die Geschichte, ohne auch nur zu ahnen, was euch dort erwartet, und beschwert euch, wenn euer Törichter Leichtsinn Opfer fordert. »Oh, dort draußen ist Krieg. Also, was erwartest du?« »Schwein!« beschimpfte Granok ihn in seiner eigenen Sprache. »Diesen ganzen Krieg gäbe es nicht, wenn ihr uns nicht alle verraten hättet.« »Falsch!« Dieser Krieg war unausweichlich. »Siehst du nicht, dass das Elfenreich an einem Punkt angekommen ist, wo es nicht mehr weitergeht?« »Die glorreichen Tage des Reiches, wo sind sie geblieben?« »Menschen und Zwerge, Orks und Gnomen pochen an seine Pforten und begehren Einlass. Und dieser Narr Elidor öffnet ihnen bereitwillig die Pforten. Niedergang ist die Folge. Was Erdwelt braucht, ist Führung. Und Margok wird sie uns geben.« »Er wird sich alles unterwerfen,« verbesserte Alana, »und alles Schöne und Wunderbare vernichten. »Margok ist der Tod allen Lebens, wie wir es verstehen.« »Vielleicht,« räumte Rurak gelassen ein, »aber ich kann euch trösten, meine jungen Freunde. Wenn ihr euch Margok widersetzt, werdet ihr alle nicht mehr lange genug in Erdwelt weilen, um dies mitzuerleben.« »Mist, Kerl!« Erneut zerrte Granok an seinen Ketten, dass es nur so klirrte. Dass er dabei entsetzliche Schmerzen litt, war ihm gleichgültig. »Nur zu!« forderte der Zaubereien auf. »Weiter so, dein Zorn steht dir gut zu Gesicht.« »Mein Zorn wird dein Ende sein, Verräter!« prophezeite Granok, wobei er eine Wut in sich spürte, die alles Vorher-Dagewesene übertraf. Ohnehin hatte sich seine einstige Abneigung gegen Rurak in Hass verwandelt. Ogans Tod jedoch hatte dafür gesorgt, dass dieser Hass zu einem Monstrum wurde, das in ihm tobte und nach Ausbruch verlangte. Seine Gliedmaßen begannen zu zittern. Die Adern an seinen Schläfen schwollen an, während er die Zähne fletschte wie ein Raubtier kurz vor dem Sprung. »Warte nur!« »Granok, nicht!« warnte ihn Alana. »Siehst du nicht?« »Das ist genau das, was er will.« »Dein Hass wird dich zerstören.« »Gründlicher und endgültiger, als er es jemals könnte.« »Aaah!« stichelte Rurak weiter. »Höre auf die Elfin, denn sie hat mehr Verstand als du. Ohnehin frage ich mich, wie man jemandem wie dir je die Pforte Shakaras öffnen konnte. Andererseits haben wir dir viel zu verdanken. Was waselst du da? Aber, Granok, hast du dich nie gefragt, wie es Farawin trotz meines erbitterten Widerstandes gelingen konnte, deine Aufnahme in den Orden durchzusetzen? Ich will es dir sagen, weil er dabei Hilfe hatte. Im Geheimen habe ich seine Pläne unterstützt, denn ich wusste genau, dass du der Schlüssel zur Verwirklichung meiner Pläne warst, jener Splitter, der meinem Mosaik noch zur Vollendung fehlte. »Ihr lügt!« herrschte Granok ihn an, glaubst du. Rurak schüttelte den Kopf, als wenn ich dir sagen würde, dass Marok diese Situation schon vor langer Zeit vorausgesehen hat, dass er wusste, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. »Ich würde euch für einen verdammten Lügen erhalten!« presste Granok hervor, obgleich in jedes Wort, das der Zauberer sprach, wie ein Peitschenhieb traf. In seiner Wut zerrte er an den eisernen Schellen, dass sie ihm die Handgelenke blutig schnitten. »Nicht!« versuchte Alana ihn zu beruhigen. »Siehst du nicht, dass er genau das will? Das ist mir gleichgültig! Wenn es ein eigener Untergang ist, den er herbeiführen will, so soll er ihn haben!« »Du drohst mir also tatsächlich?« »Mein einfältiger Freund, wenn du glaubst, dass du gegen mich bestehen kannst!« Er machte eine beihäufig wirkende Handbewegung und die Ketten um Granoks Hand und Fußgelenke lösten sich und fielen klirrend zu Boden. »Nein!« rief Alana noch, ehe er etwas unternehmen konnte. »Tu es nicht, Granok! Greif ihn nicht an!« »Warum nicht? Ich habe keine Angst vor ihm. Aber er hat Angst vor dir!« wandte die Elfin ein. »Was soll das heißen?« fuhr Ruraxian. »Was redest du da, du Nerrin?« »Es ist wahr. Ihr lügt, wenn ihr sagt, dass ihr Granoks Aufnahme in den Orden unterstützt habt. Die Wahrheit ist, dass ihr ihn fürchtet, weil ihr ihn nicht berechnen könnt. Aus diesem Grund versucht ihr, seinen Hass zu schüren, denn auf diese Weise wird er euch ähnlich.« »Gewess!« »Es ist die Wahrheit!« beharrte Alana und wandte sich Granok zu, der schwer atmend neben ihr stand sich die blutigen Handgelenke reibend. »Willst du so werden wie er?« fragte sie ihn. »Von Hass und Rachsucht zerfressen sein?« »Nein«, gab Granok zu, auch wenn es ihm schwer fiel. Der Gedanke seiner Wut, freien Lauf zu lassen und sich auf den Abtrünnigen zu stürzen, war weitaus verlockender. Aber genau das wird geschehen, wenn du dich jetzt deinem Zorn ergibst. Das ist nicht der Weg, den Farawin dich gelehrt hat, Granok. Denke daran und vertraue auf das Licht. Farawin und die Seinen werden den Sieg erringen. Wir müssen ihnen nur vertrauen.« »Kannst du das wirklich, Elfin?« fragte Rorak mit mitleidigem Grinsen. »Allerdings, dann kennst du Marok nicht, denn der Dunkelelf ist noch längst nicht am Ende seiner Kräfte. Er wusste, dass wir hier stehen würden, denn aus seiner Sicht ist all dies hier längst geschehen.« Die Echsenkrieger griffen an. Einer von ihnen hatte im Massaker von Trovna sein Leben gelassen. Neun waren noch am Leben. Und sie alle hatte Marok aufgeboten, um die Zauberer von Jakara unschädlich zu machen. »Sie kommen!« rief Farawin seinen magischen Gefährten zu, die er mithilfe seines Zauberstabs gerufen hatte. Um ihren König zu schützen und sich nach allen Seiten verteidigen zu können, hatten die Zauberer um Elidor einen Kreis gebildet und standen Schulter an Schulter. Farawin, Haivil, Sunan, Dajor, Filphyr, Zinan, Tarana, Larna, Maeve. Neun Kämpfer Jakaras gegen neun Ausgeburten der Finsternis. Das Kräfteverhältnis schien ausgeglichen. Aber Farawin wusste, dass dieser Eindruck täuschen konnte. »Haltet euch bereit«, forderte er seine Getreuen auf, »Lasst sie nahe herankommen und setzt erst dann eure Fähigkeiten ein«, und fügte er in Erinnerung an seinen ehemaligen Schüler hinzu, den an seiner Seite zu haben, er sich in diesem Augenblick mehr als alles andere wünschte, »Setzt den Flasfin nicht nur zum Zaubern ein. Zur Not ist er auch ein vortrefflicher Prügel!« Gefasst blickten sie den Angreifern entgegen. Farawin konnte die Furcht der Aspiranten spüren, zumal, nachdem sie gesehen hatten, was Organ widerfahren war. Aber sie alle hielten ihre Stellung, getreu dem Eid, den sie geleistet hatten. Unter schaurigem Gebrüll schossen die Naidora heran, reptilienartige Kreaturen mit glühenden Augen. Einige von ihnen rannten auf zwei Beinen, andere katapultierten sich auf allen Vieren über den Boden wie Raubtiere, die geifernden Mäuler weit aufgerissen. Pfeile zuckten durch die Luft, die Farawin abwehrte, sodass sie diesmal kein Ziel fanden. »Jetzt«, rief der Zauberer, und der Kampf entbrannte. Die Ersten, die ihre Regheit zum Einsatz brachten, waren Dayor und Tarana. Während der eine erneut seinen Zauberstab in den Boden rammte und damit einen Erdspalt erzeugte, der zwei der Angreifer vorübergehend verschlang, ließ die andere einen Blitz aus heiterem Himmel herabzucken, der einen, der Naidora erfasste, ihn einhüllte und bei lebendigem Leib röstete. Mit einem Stöhnen der Erschöpfung sank die Meisterin nieder. Im selben Moment waren die Echsen Krieger heran. Farawin senkte den Flasfin und schickte dem vordersten Angreifer, der gerade auf ihn hatte zusetzen wollen, einen Gedankenstoß entgegen. Der Tartan erwischte die Kreatur mitten in ihrer Flugbahn und schmetterte sie beiseite einem ihrer Artgenossen entgegen. Der Echsenkrieger stürzte, aber schon im nächsten Moment war er wieder auf den Beinen und stürmte weiter auf High Wheel zu. Der Aspirant sog scharf nach Atem, ehe er ebenfalls einen Stoß anzubringen versuchte, der jedoch nur halbherzig vorgetragen war. Meister Philphir sprang ihm bei, dessen Fähigkeit gelerntes Blitz schnell anzuwenden, ihm auch in dieser Situation nützlich war, denn schon hatte er sich auf den Angreifer eingestellt und lieferte sich mit dem Naidur einen wilden Schlagabtausch, bei dem das magische Holz des Flasfin gegen blanken Stahl bestand. Sunan und Maeve hatten es mit zwei weiteren Angreifern zu tun, die den Cordon der Zauberer umgangen hatten und aus der anderen Seite angriffen. Farawins Taktik, sich nach allen Seiten zu verteidigen, zahlte sich bereits aus. Sunan versetzte die barbarische Sägeklinge, die einer der Angreifer führte, in Schwingung, sodass sie ihm nicht mehr gehorchen wollte. Noch während die brutale, aber einfältige Kreatur über die Gründe nachsann, stieß Sunan zu und durchbohrte ihre Kehle mit dem Ende des Flasfin. In einem Schwall dunklen Blutes ging der Echsenkrieger nieder, was seinen Kumpanen jedoch nicht abschreckte, sondern nur noch mehr zu beflügeln schien. In roher Wildheit fiel er über Meisterin Maeve her, und noch ehe diese reagieren konnte, sah sie blanken Stahl auf sich zufliegen, der im fahlen Morgenlicht blitzte. Verzweifelt versuchte sie, den Angriff abzuwehren. Aber der Stoß war mit derartiger Wucht geführt, dass er sich nicht mehr ablenken ließ. Die Klinge des Naidoas fuhr mit derartiger Wucht in Maeves Brust, dass sie im Rücken wieder austrat. »Nein!« Elidor, der hinter ihr stand, fing ihren durchbohrten Körper auf, als der Echsenkrieger seine Waffe wieder herausriss. Schon setzte Maeves Mörder nach, um auch den König zu töten. Aber plötzlich hielt er in seiner Bewegung inne und griff sich an den Helm, den er auf seinem schuppigen, haarlosen Schädel trug. Von einem Moment zum anderen verfiel der Krieger in kehliges Gezeter. Seine Waffe ließ er fallen, dafür versuchte er, sich den Helm vom Kopf zu reißen, dessen Eisen sich verformte und zunehmend enger wurde, vergeblich. Im nächsten Augenblick platzte sein Schädel wie eine überreife Frucht. Leblos brach der Echsenkrieger zusammen. Und Haiwil hatte erstmals seine Gabe benutzt, um eine Kreatur zu töten. Dem Aspiranten blieb keine Zeit darüber nachzudenken, denn die Naidorer, die zunächst in der Erdspalte versunken waren, hatten sich wieder daraus befreit und griffen zum zweiten Mal an. Haiwil wollte sich verteidigen, aber er war zu erschöpft dazu. Seine Kameraden Cenan und Larner übernahmen es, sich den Echsenkriegern in den Weg zu stellen. Die Gabe ihrer enormen Schnelligkeit nutzend, setzte Larner den Angreifern entgegen und entwaffnete einen von ihnen noch, ehe dieser wusste, wie ihm geschah. Daraufhin versetzte ihm Cenan einen Fausthieb, in den er seine ganze mentale und physische Kraft schlägte und er den Brustkorb des Echsenkriegers zertrümmerte. Der Naidor taumelte röchelnd zurück und stürzte. Sein Kumpan hingegen, der noch größer und kräftiger war als er, stürmte weiter, die mörderische Klinge hoher hoben. Fulfir stellte sich ihm entgegen, worauf der Echsenmann seine Klinge niederfahren ließ. Der Meister parierte den Schlag mit dem Flasphien und stieß den Krieger der Dunkelheit zurück, der jedoch nicht zu Fall kam und sofort wieder angriff. Sein geschubter Reptilienschwanz peitschte hin und her und versetzte Larner, die ihn aus dem Rücken anzugreifen versuchte, blutige Striemen. Dann hatte er Fulfir erreicht und diesmal schlug er mit derartiger Härte zu, dass der Zauberstab des Meisters zerbrach. Hellblaue Funken sprühten wie Wasser aus seinem löchrigen Gefäß. Der Elfenkristall wurde stumpf und matt. Fulfir taumelte zurück, um sich vor dem nächsten Hieb des Naidur in Sicherheit zu bringen. Dabei stolperte er und kam zu Fall, stürzte rücklings zu Boden. Er sah die grässliche Fratze des Echsenkriegers über sich. Dass sie plötzlich wieder aus seinem Blickfeld verschwand, war Highwil zu verdanken, der sich schützend vor ihn stellte. Der junge Aspirant konnte sich kaum aufrechthalten, so erschöpft war er noch immer. Aber erneut versuchte er, von seiner Gabe Gebrauch zu machen. Er konnte sehen, wie sich der Helm des Naidur zu verformen begann, worauf die Reiserei des Kriegers jedoch nur noch größer wurde. Mit einem heiseren Schnauben sprang er vor, führte die Klinge in einem flachen Bogen und enthauptete Highwil mit einem Streich. Rotgas Als Highwils Hauptfehl stieß Rurag einen Freudenschrei aus. Granok, der einmal mehr hilflos hatte zusehen müssen, wie einer seiner Freunde getötet wurde, merkte, wie Tränen in seine Augen schossen. Tränen der Trauer und der Verzweiflung, aber auch des Zorns. »Und was ist?« forderte der Zauberer ihn auf. »Bist du nun endlich bereit, mich anzugreifen? Ist deine Wut groß genug geworden, um deine Feigheit zu übertreffen?« Granok stand vor ihm, die Fäuste geballt, während Alana ihn weiter zu beschwichtigen suchte. »Du es nicht, Granok!« redete sie auf ihn ein. »Du hast keine Aussicht, gegen ihn zu gewinnen. Er wird dich töten, hörst du?« »Was schert dich das Geschwätz eines Weibes? Was weiß sie von deinem Zorn und deinem Durst nach Rache? Ich stehe vor dir zum Greifen nah. Lass deinen Trieben freien Lauf und töte mich!« forderte Rurak ihn auf. »Oder erkenne, dass du nichts gegen die Macht des Dunkelelfen ausrichten kannst.« »Die Entscheidung muss getroffen werden, Granok.« »Jetzt!« »Nein!« widersprach Alana. »Ihre nicht auf sie!« rief Rurak triumphierend. »Es stand von Beginn an fest, dass einer von euch den Orden verraten und sich auf die Seite des Dunkelelfen schlagen würde.« »Was?« fragte die Elfin entsetzt. »Wie ich schon sagte, für Margok ist all dies längst geschehen. Er hat vorausgesehen, dass das schwächste Glied der Kette reißen und den Untergang besiegeln wird. Und wir alle wissen, wer das schwächste Glied der Kette ist, nicht wahr, mein lieber Granok?« Granok war nicht in der Lage zu antworten. Er stand unter Schock und seine sich jagenden Gedanken kreisten um die eine Frage. Sprach Rurak die Wahrheit? Verfügte Margok ähnlich wie Farawin über die Gabe in die Zukunft zu blicken? Hatte er tatsächlich das Ende des Elfenreiches kommen sehen? Und spielte er, Granok, dabei tatsächlich eine Rolle? »Das… das ist nicht wahr,« protestierte Alana. Aber es klang matt und hilflos. »Es ist wahr,« versicherte der Abtrünnige unbarmherzig. »Auch Granok weiß es vermutlich besser als jeder von uns. Ihm war immer bewusst, dass kein Zauberer aus ihm werden und er im entscheidenden Moment versagen würde, nicht wahr.« Granok bebte innerlich. Rurak sprach seine innersten Ängste und Befürchtungen aus. Wie konnte er davon wissen? Wie, wenn nicht wahr war, was er sagte? Granok hatte das Gefühl, vor Zorn und Frustration zu platzen, und er bereute mehr denn je in jener schicksalhaften Nacht in Andarela Farawins Vorschlag eingegangen zu sein und ihn nach Shakara begleitet zu haben. Wieso in aller Welt hatte sein Meister nicht gesehen, was der Dunkelelf sah? Oder hatte er geglaubt, es verhindern zu können? Wüten starrte er Rurak an, der lachend vor ihm stand. Und in diesem Augenblick war der Wunsch, den Verräter zu vernichten und sein Hohngelächter ein für alle Male verstummen zu lassen, so überbordernd, dass Granok nicht mehr dagegen ankam. Alana, die sehen konnte, wie sich seine rechte Hand zur Faust ballte, stieß einen gellenden Warnschrei aus. Aber es war zu spät. Entschlossen riss Granok den unverletzten Arm empor, bereit, auf Leben und Tod mit Rurak zu kämpfen. Als etwas Unerwartetes geschah. Aldor, der sich nicht an dem Streit beteiligt hatte und wortlos dabei gestanden war, erwachte plötzlich zu feurigem Leben. In einer Flammeneruption, die an Stärke und Hitze jeden Zauber übertraf, den Aldorans Sohn jemals gewirkt hatte, setzte er sich selbst in Flammen. Zur Überraschung Ruraks und zum Entsetzen Alanas, der in diesem Moment ihren Fehler begriff. Die ganze Zeit über hatte sie sich um Granok gekümmert, hatte ihre ganze Aufmerksamkeit darauf erwendet, ihn von den dunklen Pfaden fernzuhalten, auf die Rurak ihn locken wollte. Doch noch während sie mit dem Zauberer um die Seele des einen Freundes gerungen hatte, hatte sie den anderen verloren. In einer Eruption, deren Intensität alles bislang Dagewesene übertraf, wurde Aldorans Sohn selbst zur Flamme. Lichterloh brennend stand er im Zelt, dessen Bahnen sofort Feuer fingen, Augenblicke lang schien die Zeit stillzustehen, gab es nichts anderes als die fauchenden Lohn, die Aldor einhüllten und ihn zu verzehren schienen. Alana und Rambok schrien laut, Granok war wie erstarrt vor Entsetzen, und im nächsten Moment endete die Feuersbrunst so unvermittelt, wie sie begonnen hatte. Die Flammen erloschen und Aldor kam wieder zum Vorschein. Doch weder war seine Haut verbrannt, noch schien er sonstigen Schaden genommen zu haben. Von seinen Kleidern freilich waren nur noch Fetzen übrig, die schwelend an ihm hingen. Das Kettenhemd aus Elfensilber hingegen hatte die Hitze unbeschadet überstanden, anders als die Ketten um seine Hand und Fußgelenke, die orange-rot glühten und die zu sprengen ihn kaum noch Mühe kostete. Nun, Verräter, rief Aldor und trat auf Rurak zu, warum suchst du dir zur Abwechslung nicht einen Gegner, der es mit dir aufnehmen kann. Rurak, der wie vom Donner gerührt vor ihm stand, blieb eine Antwort schuldig. Dafür flog der Eingang des Zeltes auf und mehrere Unholde stürmten herein, die offenbar zur Leibwache des Zauberers gehörten und die der Brand alarmiert hatte. Aldor vernichtete sie mit einem Feuerstoß, der sie alle bis zur Unkenntlichkeit verbrannte. Beißender Gestank stieg von den schwelenden Kadavern auf. Ist das alles, was du aufbieten kannst? erkundigte sich der Elf, dessen Blicke nicht weniger zu lodern, schielen als die Flammen, die er entfesselte. Seine Stimme klang fremd und unnahbar. Du enttäuscht mich! Der Verräter schien zu begreifen, dass die Konfrontation unausweichlich war. In einer effektheischenden Geste schlug er die weiten Ärmel seines Mantels zurück und senkte den Zauberstab. Es war ein Fehler, mich herauszufordern, Sohn des Aldoran, gab er bekannt. Meinst du? Aldor lächelte schwach. Und im nächsten Moment entließ er einen wahren Feuersturm, der dem dunklen Magier entgegenbrandete, ihn erfasste und davonfegte. Granok traute seinen Augen nicht, als er Ruraks hagere Gestalt davonfliegen sah. Durch die berstende Zeltwand hindurch und in ungeahnte Ferne. Einen Herzschlag später stand das ganze Zelt in Flammen. »Raus hier!« wies Aldor seine Gefährten an. »Aldor!« rief Alana, die ihren Blick nicht von ihm wenden konnte. Der Feuersbrunst zum Trotz. »Was hast du nur getan? Du hast deinem zornfreien Lauf gelassen!« »Ich habe getan, was notwendig war«, beschied ihr der Elf mit fester Stimme. »Und jetzt flieht endlich! Los, worauf wartet ihr?« Eine der Zeltstangen, an denen die Flammen unnachgiebig nagten, brach ein. Ein Teil des brennenden Dachs stürzte daraufhin herab und begrub die Sänfte des Dunkelelfen unter sich. Granok war klar, dass sie verschwinden mussten, wenn es ihnen nicht ebenso ergehen sollte. Er packte Alana am Arm und zog sie nach draußen, dicht gefolgt von Rambok. Aldor folgte in größerem Abstand. Er schien weder die Flammen zu fürchten, noch die Hitze zu spüren. Vor dem Zelt herrschte weit weniger Durcheinander, als man hätte annehmen können. Das Lager war verlassen. Jeder verfügbare Kämpfer in die Schlacht geschickt worden, die auf der anderen Seite des Flusses tobte. Nur einige Wächter, die durch das Feuer aufmerksam geworden waren, eilten heran. Granok setzte sie außer Gefecht, indem er einen Zeitzauber anwandte und sie erstarren ließ. Von Rurak war weit und breit nichts mehr zu sehen. Unsere Zauberkräfte sind zurückgekehrt, stellte Granok fest. Das bedeutet, dass der Dunkelelf nicht mehr in der Nähe ist. Womöglich hat er die Flucht ergriffen. Nein, widersprach Aldor kopfschüttelnd, während er sich wachsam umblickte. Hast du nicht gehört, was Rurak gesagt hat? Margok ist noch längst nicht am Ende seiner Kräfte. Dann sollten wir zum Schlachtfeld eilen und unseren Freunden dort gegen die Nadorah helfen, schlug Granok vor. Nein, du Narr, wir müssen verhindern, dass Margok immer neue Truppen mit Kampfmaschinen schicken kann. Es verhindern? Granok führte es auf die Anspannung des Augenblicks zurück, dass sein Freund ihn einen Narren genannt hatte und überging es geflissentlich. Wie könnten wir das? Die Kristallpforte, entgegnete Aldor wortkarg und deutete zum nahen Siegfelsen hinüber, der sich an der Flussgabel erhob und von dem aus die Silhouetten der steinernen Statuen auf das Schlachtgeschehen blickten. Sie muss verschlossen werden. Einverstanden, erklärte Granok, aber wie willst du? Statt zu antworten, streckte Aldor seine rechte Hand aus und zeigte den Gegenstand, den er damit umklammerte. Es war der Blutkristall aus Nurmoroth. Du, du hast ihn noch? Ich trug ihn unter meinem Gewand verborgen. Niemand hat je danach gefragt. Und du glaubst, dass er, dieser Kristall, war Aldor überzeugt, birgt zerstörerische Kräfte. Sie müssen nur entfesselt werden. Nein, widersprach Alana, das darfst du nicht. Warum nicht? Es ist eine Waffe des Bösen, die uns einen trefflichen Dienst erweisen wird, brachte der Elf den Satz zu Ende. Nein, Aldor, der Kristall ist gefährlich. Er wird dich verderben. Wie soll er das? Es ist nur ein Ding. Aus dem Arsenal der Finsternis, bestätigte die Elfin. Um die ihm innewohnenden Kräfte zu entfesseln, muss ein hoher Preis entrichtet werden. Glaubst du, das wüsste ich nicht. Nur Drachenfeuer oder die Hitze aus dem Inneren der Welt vermag diesem Kristall seine Zerstörungskraft zu entlocken. Oder aber... Nein, Aldor, denk nicht einmal daran. Es ist unsere einzige Chance, hielt Aldor dagegen. Tun wir es nicht, wird sich die Pforte wieder und wieder öffnen und immer neue Kampfkolosse und Vernichtungsmaschinen in die Welt spucken, bis Margok endlich den Sieg davonträgt. Willst du, dass das Monument des Sieges zum Mahnmal der Niederlage wird? Alanna antwortete nicht sofort. Natürlich nicht, erwiderte sie schließlich, weil das Risiko ist zu groß. Vielleicht würden wir manches retten, aber noch mehr zerstören. Woher willst du das wissen? Kannst du neuerdings in die Zukunft sehen? Wie Farawin? Der Spott und die Überheblichkeit in seiner Stimme waren verletzend, aber Alanna ignorierte es ebenso wie vorhin Granok. Und was ist mit den Eidora? wollte Granok wissen. Wenn wir den anderen nicht helfen, dann werden sie womöglich sterben. Vielleicht, gab Aldor zu, aber ihr Opfer wird nicht vergeblich gewesen sein. So spricht die Dunkelheit, konterte Alanna. Keineswegs, auch Farawin spricht so, brachte Granok in Erinnerung. Oder hast du schon vergessen, dass sie auch uns geopfert hat? Aldor hat recht, wenn es eine Chance gibt, Margot zu besiegen, so müssen wir sie ergreifen. Bestürzt schaute Alanna ihn an. Sie hatte geglaubt, in Granok einen Verbündeten zu haben, der so dachte und urteilte wie sie. Aber nun musste die Elfin erkennen, dass sie sich geirrt hatte und diese Erkenntnis schmerzte. Ihr Blick pendelte zwischen den beiden Freunden hin und her, dann starrte sie betreten zu Boden. Also gut, sagte sie leise, bringen wir's zu Ende. Die Schlachtordnung der Zauberer, mit der sie Schulter an Schulter gegen die angreifenden Aldora gestanden hatten, hatte sich längst aufgelöst. Der Tod Maeves und zuletzt Highwills hatte Lücken entstehen lassen, die nicht geschlossen werden konnten. Und so kämpften die Zauberer inzwischen jeder für sich oder in kleine Grüppchen aufgesplittert. Larna, Philphyr und Cenan fochten auf der einen Seite des Kampfplatzes, Dajor, Tarana und Sunan auf der anderen. Taravin wiederum stand zwischen den beiden Gruppen und versuchte, die Naidora daran zu hindern, sie ganz zu umzingeln. Vier von Magoks Echsenkriegern hatten sie töten können. Der Rest jedoch griff wieder und wieder an und es zeigte sich, dass die Naidora bei aller Brutalität und Droheit sehr wohl in der Lage waren, sich der Taktik eines Gegners anzupassen. So verwickelten sie die Zauberer inzwischen fortwährend in Nahkämpfe, damit Dajor und Tarana ihre Fähigkeiten nicht mehr zum Einsatz bringen konnten. Verantwortlich dafür schien derjenige Echsenkrieger zu sein, der Haiwil getötet hatte. Er überragte die anderen um Haupteslänge und aus den heiseren Befehlen, die hin und wieder aus seiner Kehle fuhren, folgerte Faravin, dass er der Anführer war. Der Zauberer erinnerte sich, das hühnenhafte Reptilienwesen schon einmal gesehen zu haben, damals, vor zwei Jahren, als sie auf dem Vorplatz des Tempels von den Adora angegriffen worden waren. Der Chronist Nevian berichtete, dass das Oberhaupt der Echsenkrieger einst ein mutiger Elfenritter gewesen war, der Magogs Lügen verfallen und von ihm eine Kreatur verwandelt worden war, die jeder Beschreibung spottete, ein Zerrbild seiner selbst. Der Dunkelelf hatte ihm daraufhin den Namen Denistrio gegeben, denn Tod und Zerstörung waren von da an seine Natur. Denistrio schien der Kopf der Naidora zu sein. Ohne seine Führung, davon war Faravin überzeugt, würden die Echsenkrieger leichter zu bezwingen sein, also musste er ihn unschädlich machen. Einen anderen Echsenkrieger, den Grada hatte angreifen wollen, schleuderte der Zauberer zurück, dann wirbelte er rasch herum und wandte sich dem Anführer zu, der zwei, drei Schritte von ihm entfernt stand und mit wütenden Heben auf Phil für und die Aspiranten eindrang. Obwohl der Echsenmann ihm den Rücken zuwandte, schien er den Angriff dennoch zu bemerken, denn er fuhr mit einem wütenden Aufschrei herum und wehrte Faravins Zauberstab ab. Seine schmalen Reptilienaugen leuchteten dabei glutrot. Denistrio stieß Faravin hervor. Es hörte sich an wie eine Verwünschung, aber der Echsenkrieger stieß dennoch ein gurgelndes Lachen aus. Ich bin Faravin, Ältester des Ordens von Shakara, knurrte der Zauberer. Du hast schon viel zu viel Schaden angerichtet. Es wird Zeit, dass du dorthin zurückgehst, wo du hergekommen bist. Es war nicht zu erkennen, ob der Anführer der Naidora ihn verstand. Die Kreatur riss das Maul auf, worauf ihre gespaltene Zunge zu sehen war und spiel dem Zauberer giftigen Speichel entgegen, dem Faravin nur um Haaresbreite entging. Dann fiel auch schon die Klinge des Echsenkriegers auf ihn nieder. Die Wucht des Hiebes war unbeschreiblich. Zwar gelang es Faravin ihn unter Zuhilfenahme magischer Kräfte zu parieren, jedoch spürte er ihn bis in die Knochen. Und er merkte, dass auch seine Energie allmählich nachließ, nach den unzähligen Gedanken Stößen, die er entrang sich seinem Echsen schlund, während er seine Klinge mit beiden Klauen schwang. Noch einmal konterte Faravin den Angriff, dann wich er zurück, und hohnlachend trieb der Krieger der Finsternis den Ältesten von Shakara vor sich her. Der Gedanke, dass sein Gegner ihm womöglich überlegen sein könnte, dämmerte Faravin, aber er verdrängte ihn sogleich wieder und setzte sich stattdessen zur Wehr. Indem er einen Ausfall machte und den Flasfin nach vorn stieß, versetzte er Magoks Diener zugleich einen harten Stoß, den dieser jedoch nicht einmal zu spüren schien. Dafür schwang er seine eigene Waffe und hätte wohl Faravins ungeschützte Seite getroffen, wäre nicht in diesem Moment eine heftige Erschütterung erfolgt, die die Erde erbeben ließ. Dinistrio wankte und gab dem Hieb dadurch eine andere Richtung, sodass Farawin ihm mit knapper Not entging. Dankbar für die Hilfe, die Meister Dajor ihm hatte zukommen lassen, warf sich der Zauberer nach vorn und griff wieder an, und ein wilder Schlagabtausch setzte ein, bei dem es Farawin gelang, den Anführer der Echsen Krieger zurück zu drängen. Der Zauber starb, an dessen Ende der Elfenkristall Glom wirbelte in seiner Rechten und brachte Dinistrio mehrere Wunden bei. Dann jedoch erfolgte ein zweiter Erdstoß, diesmal so heftig, dass Farawin selbst zu Fall kam, und noch bevor er im zerstampften Morast des Schlachtfelds landete, begriff er, dass dies nicht Bruder Dajors Werk war. Hoch über ihnen teilten sich die Wolken am morgengrauen Himmel und ein gleißender Blitz fuhr herab, der in den Siegstein schlug und ihn hell beleuchtete. Farawin stieß einen entsetzten laut aus, als er sah, wie sich die Kristallpforte abermals öffnete und vor dem Fels ein gleißender Schlund entstand, der in unendliche Ferne zu führen schien. Schon im nächsten Augenblick jedoch tauchte aus dem Schlund etwas auf, das grässlicher war als alle Todesmühlen und selbst die Neidora. Dur Dracda Es war der Dunkelelf selbst. Zunächst konnte Granok in der Schlundöffnung, die unvermittelt am Fuß des eindrucksvollen Siegesdenkmals erschienen war, nur eine verschwommene Form erkennen. Schon im nächsten Moment jedoch wurden Einzelheiten erkennbar. Ausladende Schwingen, ein schlanker Körper mit langem Schweif, furchterregende Klauen und ein klobiger Schädel, dessen nüstern heißen Dampf ausspien. Und im Nacken des Untiers saß kein anderer als Margot. Die Augen des Dunkelelfen leuchteten aus der wabernden Unendlichkeit. Seine Kriegsaxt hatte er hoch erhoben, bereit, sich mit der ganzen vernichtenden Energie seiner frevlerischen Existenz in das Kampfgeschehen zu stürzen und ihm die entscheidende Wendung zu geben. Zuerst glaubte Granok, es wäre dem Dunkelelfen gelungen, sich einen lebenden Drachen zu beschaffen, aber das war nicht der Fall. Denn anders als die Kreaturen, die einst Erdwelt bevölkert hatten, war Margoks Reittier nicht aus Fleisch und Blut, sondern eine der vielen Nachäffungen der Natur, die er im Lauf seines Daseins verbrochen hatte. mit Krallen, die nicht gewachsen, sondern geschmiedet waren, Flügeln, die nicht mit ledriger Haut bespannt, sondern Metall waren, und einem Körper, der nicht das Wunder des Lebens, sondern ein stampfender Mechanismus in Gang hielt, ersonnen vom Genie abtrünniger Zwerge und genährt von dunkler Magie. Diese albtraumhafte Kreatur, ein Dragdar aus Dampf und Stahl, näherte sich durch den Schlund und würde jeden Augenblick sein Ende erreichen und die Kristallpforte durchbrechen. Dranok schauderte beim Gedanken an das Blutbad, das der Stahldrache unter Elidors Mannen anrichten würde. Woher kennt er nur all die Geheimnisse? entfuhr es ihm, während er entsetzt in die Schlundöffnung starrte, auf die sie im Laufschritt zueilten. Sein Name, verrät es, gab Aldur zurück. Quorai bedeutet der Allwissende. Sie nährten sich dem Siegstein, der an die fünfzehn Mannslingen hoch aufragte und auf dem sich das Denkmal der triumphierenden Helden erhob. In der flimmernden Luft davor hatte sich die Öffnung gebildet, umzuckt von Blitzen, die aus der Morgendämmerung niederfuhren. Plötzlich eilten schreiend wachend herbei, Menschen von der einen Orks von der anderen Seite. Kümmert euch um sie, wies Aldur seine Gefährten an, worauf sich Granok den Menschen zuwandte und einen Zeitzauber wirkte. Alanna auf der anderen Seite hatte es mit einem halben Dutzend Fa-jok-hai zu tun. Grobschlechtige Krieger, deren Kettenhemden über den grünen Muskelbergen fast zu platzen schienen. Der Lärm der vordersten Ork durchbohrte und zusammenbrechen ließ. Die anderen verfielen darauf in nur noch lauteres Gebrüll. Als sie jedoch weiter stürmten, glitten sie auf der spiegelglatten Eisfläche aus, die Alanna über dem Morast hatte entstehen lassen und fielen übereinander. Ein grässlicher, alles durchdringender Schrei erklang in diesem Moment und ließ alle zusammenfahren. Selbst auf dem entfernten Schlachtfeld setzten die Kämpfe für einen Moment aus. Der Dunkel Elf hatte die Pforte erreicht. In diesem Moment tat Aldur, was das Schicksal von ihm verlangte. Am Fuß des Siegfelsens war er niedergefallen, hatte den Blutkristall vor sich auf den Boden gelegt und tauchte ihn in einen Ausbruch lodernden Feuers, das sich innerhalb eines Augenblicks so intensivierte, dass Granog und Alanna sich Augen in die Flammen. Ein beschwörenden Laut auf den Lippen schien er eins zu werden mit dem Feuer und während es von außen an dem Blut Kristall leckte, drang der Elf mit Gedankenkraft in seine Struktur ein und setzte dort eine Reaktion in Gang, die sich nicht mehr aufhalten ließ. Eine Kaskade der Zerstörung. Jetzt! schrie Aldur mit lauter Stimme, die alles andere Winter und der Kristall zerbarst. Aldurs Flamme erlosch, doch der gleisende Schein blieb bestehen, denn längst hatte der Blutkristall die zerstörerische Glut in sich aufgenommen, die ihn einen Liedschlag später mit Urgewalt zerfetzte. Splitter fegten nach allen Seiten und Aldur war zu erschöpft, um sie abzuwehren. Die Bruchstücke des Kristalls hätten ihn erfasst und seinen Körper durchschlagen, wären sie nicht in diesem Moment in der Luft verharrt. Was bei der Macht der Kristalle? Die Zeit stand still. Nicht nur der Kristall war im Augenblick der Zerstörung erstarrt, sondern auch der Tunnel, der sich über dem Siegstein geöffnet hatte. Zwar wurde er noch immer von energetischen Entladungen umzuckt, jedoch sehr viel langsamer als zuvor. Die stehlerne Schreckgestalt, die Magog auf dem Rücken trug, schlug noch immer mit den Flügeln, jedoch schien sie nicht mehr voranzukommen. Der Dunkelelf war knapp davor gewesen, die Schwelle zu durchbrechen, aber er hatte es noch nicht getan. So war er noch weit entfernt, weit genug für Granog, um einen Zeitzauber zu wirken. Passungslos starrte Aldo auf den Freund, der mit erhobener Hand dastand, und Kraft seines Willens und seiner magischen Gabe des Rat der Zeit daran hinderte sich zu drehen. Nein! schrie der Elf laut, wobei die erstarrte Umgebung seine Stimme dutzendfach zurückwarf. Das ist mein Augenblick, meine Heldentat! Komm schon, du Spinner, stieß Granog hervor, ich kann es nicht lange aufhalten. Er hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als Alana bereits bei Aldo Durr war, ihn am Arm packte und auf die Beine riss. Der Elf konnte nicht anders, als mitzukommen. Im Laufschritt rannten sie durch das Lager, Rambog hinterher, der bereits die Flucht ergriffen hatte. Auch Granog folgte ihnen, die Zähne zusammengebissen und darum bemüht, dass ihm der Zeitzauber nicht entglitt. Es war der größte und mächtigste Bann, den er je gewirkt hatte und er hatte keine Ahnung, wie lange er bestehen würde. Nur eins war ihm klar, dass er ihre einzige Chance auf Rettung war. Sie liefen so schnell sie konnten. Als sie sich dem Fluss näherten, begannen sich die Blitze bereits wieder zu beschleunigen und ein energiegeladenes Knirschen lag in der Luft. Die Wirkung des Zaubers ließ nach. Granog konzentrierte sich, rief sich all das ins Gedächtnis zurück, was Farawin über die Anwendung seines Rekas beigebracht hatte, und für einen Augenblick gelang es ihm tatsächlich jene innere Quelle zu finden, aus der Weise Kraft und Hoffnung schöpften. Mit aller Macht zwang er sich dazu, den Bann aufrecht zu erhalten, sich nicht ablenken zu lassen von Schmerz und Angst und all den anderen Empfindungen, die gegen sein Bewusstsein brandeten und es hin fortreißen wollten im Strom der Verzweiflung. Dann jedoch versiegte die Quelle und die Furcht nahm Überhand. Blitze züngelten über den Himmel und erneut erklang ein durchdringender Schrei. In diesem Moment erreichten die Gefährten den Fluss. Granok sprang und im selben Moment, in dem seine Füße den Boden verließen, verlor er die Kontrolle. Der Bann löste sich und Granok tauchte ins Wasser, das ihr mit Dunkelheit und Kälte umfing. Und während die Oberfläche des Flusses zu Eis erstarrte, nahm am Siegfelsen das Verderben seinen Lauf. Tarawin hielt den Atem an. Denistrio stand über ihm, die Axt zum tödlichen Streich erhoben, aber der Naidor schlug nicht zu. Genau wie der Zauberer das sich jenseits des Flusses abspielte. Eben noch hatte es den Anschein gehabt, als wollte der Dunkelhelf auf seinem stählernen Reittier durch die Kristallpforte brechen. In diesem Augenblick jedoch flammte am Fuß des Siegsteins eine grelle Stichflamme auf, die sich nach allen Seiten ausbreitete. Die Wucht der Explosion war so groß, dass sie den Felsblock spaltete. Risse durchzogen das Brach zusammen. Zwar zuckten noch immer Blitze aus dem Himmel, doch die Tunnelöffnung begann sich zu verformen und die Gestalt des Dunkelelfen, die eben noch deutlich zu erkennen gewesen war, wurde undeutlich und verschwommen. Erneut erklang ein grässlicher Laut, diesmal allerdings nicht triumphierend wie zuvor, sondern voller Wut. Und im nächsten Moment geschah etwas, womit weder Farawin noch Denistrio gerechnet hatten. Für einen kurzen Moment hatte es den Anschein, als würde sich der Schlund übergeben. Alles, was in ihm war, sowohl Margok als auch sein fliegendes Ungetüm, stülpte sich nach außen, um schon einen Liedschlag später wieder zurückgerissen zu werden, mit unvorstellbarer Kraft und Geschwindigkeit. Der schaurige Schrei verlor sich in der Unendlichkeit und mit ihm auch der Dunkelelf. Der Sog, der dabei entstand, war so groß, dass er nicht nur Felsbrocken und Trümmerstücke mitriss und Teile des feindlichen Lagers, sondern auch die Naidora. Tentakel aus schwarzem Nebel, Griffen aus dem kollabierenden Schlund, packten die Fünf Echsen Krieger und rissen sie hinab zum Fluss, auch Denistrio, der dabei zornig aufheulte. Sie alle verschwanden in der von Entladungen und Trosten Öffnung, die im nächsten Moment vollends zusammenbrach. Von einem Augenblick zum anderen erloschen die Blitze. Die Tunnelöffnung verschwand, als hätte es ihn nie gegeben. Nur der gespaltene Siegstein und die von Trümmern übersäte Senke zeugten von der ungeheuren Zerstörungskraft, die dort eben noch gewütet hatte. Farahwin brauchte einige Augenblicke, um zu realisieren, dass er gerettet war. Schwerfällig raffte er sich auf die Beine, sah seine Gefährten und König Elidur in einiger Entfernung, den Blick auf den Horizont gerichtet, über dem der neue Tag heraufzog. Und in diesem Moment ahnte Farahwin, dass dies den Sieg bedeutete. Borgas schnappte nach Luft, aber die denkwürdige Mischung aus Schweiß und Stahl und frischem Blut, die er zuvor noch so genossen hatte, wollte ihm nicht mir recht schmecken. Dass es dem Feind gelungen war, die Herde der Fünfbeiner in die Flucht zu schlagen, damit hätte der Anführer der Orks noch leben können. Auch die Vernichtung der beiden Kampfmaschinen hätte er vielleicht noch weggesteckt, obwohl dabei Dutzende seiner Knochenbrecher in Kuruls dunkle Grube gerissen worden waren. Das Auftauchen der Todbringer jedoch hatte Borgas bis ins verkommene Mark hinein erschreckt. Auf Fliegende Kreaturen, die nur aus Knochen bestanden und deren Reiter Tod und Verderben über die Orks gebracht hatten. Borgas hatte dennoch weiter gekämpft. Und als die Leibfechter des dunklen Herrschers aufgetaucht waren, hatte es für einen Augenblick so ausgesehen, als könnte sich das Schlachtenglück noch einmal wenden. Nun jedoch war alles verloren. Mit weit aufgerissenem Maul hatte der Häuptling verfolgt, wie das magische Tor zusammengebrochen war, durch das Margot die Elfen hatte angreifen wollen. Was hatten die Orks gejubelt, als sie ihren Herrscher auf der fliegenden Kampfmaschine hatten reiten sehen? Und wie blöde hatten sie geglotzt, als er plötzlich verschwunden war. In diesem Moment hatte sie der Mut verlassen. Und selbst Borgas, der das Oberhaupt der Modermark hatte werden wollen und mehr Grund zu kämpfen gehabt hatte, als jeder andere Ork fühlte, wie nackte Furcht in seine Eingeweide fuhr. Stehen bleiben! Bleibt gefällig stehen! Und stellt euch zum Kampf! Ihr verdammten Feiglinge! brüllte er, als sich die ersten Krieger umwandten und vor der heranpreschenden Reiterei der Elfen die Flucht ergriffen. Aber es klang halbherzig und wenig entschlossen. Verzweifelt wandte sich Borgas gen Süden den Menschen zu. Doch als er sah, dass die feindlichen Legionen zum letzten Sturm ansetzten, unterstützt von den Todbringern, die auf knöchernden Schwingen herabstießen, da war es um seine Kampfeslust endgültig geschehen. Der Ork bekam nicht mehr mit, wie die Schlachtreihen der Menschen überrannt und das Banner des Elfenreichs auf den Trümmern des Siegfelsens errichtet wurde, denn zu diesem Zeitpunkt hatte er sich längst seinen fliehenden Artgenossen angeschlossen und hatte nur noch den einen Wunsch, sich zurück in die Modermark zu flüchten und in das Dunkel seiner Höhle. Der Kampf war verloren. Die Schlacht war vorbei. Dantai Ilfantodion Zehn Tage waren seit der Schlacht im Flusstal vergangen, genügend Zeit, um die Toten zu begraben und um die Gefallenen zu trauern und um jene zu ehren, die beim Kampf gegen Magogs Horden eine herausragende Rolle gespielt hatten. Eine große Gefahr war abgewendet worden, der auf dem Schlachtfeld gekämpft hatte, hatte seinen Anteil an dem Sieg, vom einfachen Elfen Legionär bis zum Zaubermeister. Vor allem jedoch war der Triumph über den Dunkelelfen drei Eingeweihten zu verdanken, die im entscheidenden Moment geschlossene Pforte des Ratsaals konnte Granok hören, wie Farawin, der vorn auf dem Podest stand, ihre Heldentaten in den höchsten Tönen pries. Ein wenig beschämt blickte er dabei zu Boden, denn er hatte nicht das Gefühl, dieses Lob zu verdienen. Zu viel Schreckliches hatte er gesehen, zu viel Schmerz erduldet und zu viele Ängste durchstanden, als dass er sich als strahlenden Helden hätte sehen können. Seine Heilkunst völlig wiederhergestellt. An den inneren Wunden jedoch würde Granok noch eine Weile tragen. Aldor, der neben ihm stand, das Haupt hoch erhoben, schien sich nicht mit derlei Bedenken abzumühen. Eine spürbare Veränderung war mit ihm vorgegangen, seit sie nach Shakara zurückgekehrt waren. Er war stärker und, falls das noch möglich war, selbstbewusster geworden, aber auch ein wenig unnahbarer, selbst Dunkelelfen zurück, die den Freund wohl in mancher Hinsicht hatte reifen lassen und über die er auch selbst noch längst nicht hinweg war. Kaum eine Nacht vergingen, der Granok nicht von jenen Stunden träumte, die sie in der Gewalt Magoks verbracht hatten und in der er nicht dessen grässliche Züge vor sich sah, wie musste es da erst Aldo ergehen, der noch ungleich längere Zeit in der Gesellschaft des Dunkelelfen verbracht hatte. Auch Alana schien die Geschehnisse, deren Zeugen sie geworden waren, noch nicht überwunden zu haben. Indem sie die Oberfläche des Flusses im rechten Augenblick zu Eis erstarren ließ, hatte sie ihnen allen das Leben gerettet und sie vor den herabrasselnden Gesteinstrümmern bewahrt. Ihre Seele jedoch hatte sie damit nicht abzuschirmen vermocht. Unvermittelt wurde das Tor vor ihnen geöffnet und man forderte sie auf einzutreten. Seite an Seite durchschritten sie die Pforte und als sich diesmal aller Blicke auf sie richteten taten sie es nicht wie zuletzt voller Missgunst und Argwohn sondern voller Dankbarkeit und Freude. Granok konnte nicht anders als Alana ein Lächeln zuzuwerfen das diese erwiderte. Teil am Erfolg ihrer Mission gehabt hatte immerhin hatte er Granok das Leben gerettet hatten sie darauf bestanden dass er sie vor den Hohen Rat begleitete. Sehr wohl schien sich der Ork in seiner grünen Haut allerdings nicht zu fühlen. Tretet näher Eingeweihte förderte Farawin sie auf. Erst jetzt bemerkte Granok dass der älteste nicht allein auf seinem Podium stand. Eskortiert von zweien seiner Leibwächter stand Elidor der König des Elfenreichs dort oben um die Helden der Schlacht durch seine Anwesenheit zu ehren. Gemessenen Schrittes gingen die vier Gefährten die Halle hinab vorbei an den Ratsmitgliedern und unter den steinernen Blicken der Könige. In respektvollem Anstand vor dem Podest des Ältesten blieben sie stehen und verbeugten sich. Schwestern und Brüder rief Farawin daraufhin und blickte feierlich in die Runde. Bevor wir zum eigentlichen Anlass der heutigen Versammlung kommen und diese Helden ehren, lasst mich euch etwas erklären. Etwas, das mir bitter notwendig scheint, setzt es doch ein Zeichen der Hoffnung nach diesen für uns so bedrückenden Tagen. Alle Aufmerksamkeit richtete sich auf den Ältesten. Selbst Elidor schien von der Abweichung vom Protokoll überrascht. In jener dunklen Stunde wandte sich Farawin an Granok und seine Freunde. Als die Todesmühlen erschienen und wir euch dort oben erblickten, da glaubte ich zunächst tatsächlich, dass ihr es wert, die dort in Ketten geschlagen waren. Aber dann hörte ich eine Stimme in meinem Inneren, die mir versicherte, dass es sich um eine Täuschung handelte. Und ich musste plötzlich an etwas denken. Vor zwei Jahren sagte mir mein Novize Granok, dass er während des Preif im Augenblick der größten Gefahr meine Stimme gehört hätte. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass wenn eine besonders enge Verbindung zwischen einem Meister und seinem Novizen besteht, eine solche gedankliche Verbindung auftreten kann. Aber zum einen kommt sie nur selten vor und zum anderen hätte ich niemals geglaubt, dass sie zwischen einem Menschen und einem Elfen möglich wäre. Damals glaubte ich daher, dass der gute Granok einer Selbsttäuschung gelegen wäre. In der Nacht, in der Vater Semias ermordet wurde, kam es jedoch zu einem erneuten Gedankenkontakt, der meine Vision auf Granok übertrug. Von diesem Zeitpunkt an war mir klar, dass das Band zwischen uns um vieles stärker war, als es gewöhnlich zwischen Lehrer und Schüler der Fall ist. Granok überlegte. Hatte Farawin recht? Es stimmte. Er hatte damals jene Stimme vernommen und er hatte die Dunkelklinge im Traum gesehen. War es am Ende auch Farawin gewesen, den er in Dolkons Folterkammer gehört und der ihm zugerufen hatte, Zeit zu gewinnen? In jenem Augenblick auf dem Schlachtfeld, fuhr Farawin fort, als ich jene Stimme in mir die dort auf den Trümmern gefangen gehalten würden, sondern Diener des Dunkelelfen. Ich verstehe, fiel Granok ihm ins Wort, der sich einmal mehr nicht am Reden hindern konnte. Deshalb also habt ihr Befehl zum Schießen gegeben und weil ich hoffte, dass sich jener inneren Stimme entgegenbrachte, zeigen würde, wie tief unsere Verbindung zueinander ist, fügte Farawin nickend hinzu. »Margok ging es darum, zu demonstrieren, wie wenig mir an euch liegt, meine jungen Freunde. Unwillentlich hat er damit jedoch das Gegenteil bewiesen.« Es war eine ebenso überraschende wie anrührende Erklärung, die der Älteste abgegeben hatte, und sie verfehlte ihre Wirkung nicht. Einige Ratsmitglieder zeigten sich sichtlich gerührt, andere tuschelten miteinander, aber nicht einmal Farawins erklärte Gegner widersprachen. Granok empfand in diesem Augenblick nur Dankbarkeit, Erleichterung darüber, dass der dunkle Schatten, der das Verhältnis zu seinem alten Lehrer getrübt hatte, plötzlich verschwunden war. Denn insgeheim war Granok etwas klar geworden, dass er noch vor wenigen Jahren für undenkbar gehalten hatte, dass in der Gestalt von Meister Farawin ein Elf zu seinem leuchtenden Vorbild geworden war. »Der Angriff des Dunkelelfen konnte zurückgeschlagen werden«, fuhr Farawin mit lauter Stimme fort, »und das nicht nur, weil die Zauberer von Shakara und der König des Elfenreichs zum ersten Mal nach Jahrhunderten der Trennung wieder zusammengestanden haben, zum Wohl des Reiches und unserer Welt, nicht nur, weil hunderte tapferer Krieger, unter ihnen auch Angehörige dieses Ordens, ihr Leben geopfert haben im erbitterten Kampf gegen Magoks Horden, sondern vor allem, weil drei Eingeweihte zur rechten Zeit am rechten Ort waren und den Triumph des Bösen verhindern halfen. Nur ihrem mutigen Einsatz ist es zu verdanken, dass wir heute hier stehen. Dafür gebührt ihnen unsere Anerkennung und unser Respekt und wir verzeihen ihnen gerne, dass sie sich ohne das Wissen und die Zustimmung des Rates und des Ältesten auf eine gefahrvolle Erkundung nach Arun begeben haben. Hätte Granog es nicht besser gewusst, hätte nicht einmal er gemerkt, dass sein alter Meister die Unwahrheit sagte. Der Rat hatte also nie die wahren Hintergründe der Expedition erfahren. So kam Zustimmung von beiden Seiten und selbst erklärte Gegner wie Gerwan und Zyskuran rieben eifrig ihre Handflächen aneinander, um ihre Anerkennung auszudrücken. Granog wusste nicht, wie er darauf reagieren sollte. Einerseits schmeichelte es ihm, dass die Elfenräte ausgerechnet ihm, einem Menschen, den viele noch vor nicht allzu langer Zeit als einen Fremdkörper in Shakara angesehen hatten, Beifall spendeten, andererseits bezweifelte er, dass er ihn verdient hatte. Der einzige wirkliche Beitrag, den er geleistet hatte, hatte im Grunde darin bestanden, seine Haut zu retten. Dass er damit auch noch seine Gefährten vor der Vernichtung bewahrt hatte, war mehr ein günstiger Zufall gewesen. Alana und Aldur hingegen hatten dem Bösen tatsächlich die Stirn geboten. Die Elfin, indem sie Ruraks Versuchen getrotzt hatte, Granoks Seele in den dunklen Abgrund zu zerren, Aldur, indem er die Waffen des Dunkelelfen gegen ihn selbst gewandt und seinen Sieg damit verhindert hatte. Während auch Alana vom Applaus der Räte eher beschämt schien, genoss Aldur ihn in vollen Zügen. Granoks elfischer Freund schien keinen Zweifel daran zu hegen, dass er den Zuspruch und das Lob verdient hatte, und nach allem, was ihm von Seiten der Räte zuletzt an Vorwürfen und Unwill widerfahren war, fand Granok das nur zu verständlich. Wenn es noch Kritiker im Rat gab und solche, die Aldurs Ambitionen argwöhnisch gegenüberstanden, so waren sie verstummt. Der Glanz seiner Tat ließ alle Schatten verblassen, und es gab nicht wenige, die Aldur als Retter des Elfenreichs bezeichneten und seinen Namen in einem Atemzug mit den Helden der alten Zeit nannten. Auch das ließ sich Aldur scheinbar nur zu gern gefallen, wenngleich Granok den Eindruck hatte, hinter der Fassade seines Lächelns hin und wieder eine Spur von Genugtuung zu erkennen, einen Anflug von Trotz. Aus diesem Grund, Schwestern und Brüder, fuhr Farawin fort, habe ich heute die Ehre, jene drei Eingeweihten, denen nicht nur unser Orden, sondern auch das Reich und unsere Welt so viel zu verdanken haben, zu vollwertigen Mitgliedern unserer Gemeinschaft zu ernennen. Ihre Bewährungsprobe haben sie mehr als meisterlich bestanden und sich somit das Recht erworben, als Weise, in die Chroniken Schakaras aufgenommen zu werden. Ihre Ausbildung zum Zauberer fügte der Älteste hinzu und Kranok glaubte, dabei einen gewissen Stolz aus seiner Stimme herauszuhören. Ist beendet. Die Gefährten tauschten Blicke. Aldur schien mit nichts anderem gerechnet zu haben, Kranok jedoch war überrascht. Er war davon ausgegangen, dass die jüngsten Ereignisse sie ihrem Ziel ein gutes Stück näher gebracht hatten. Aber dass der Rat sie gleich zu Zauberern ernennen würde, kam für ihn unerwartet. Auch Alana war darauf nicht gefasst gewesen. Umso mehr freute sie sich, dass sie zu den jüngsten Ordensmitgliedern gehören würden, denen je der Status eines Dvetan verliehen worden war. Erneut gab es Applaus. In überzeugender Mehrheit drückten die Ratsmitglieder ihre Zustimmung aus. Lediglich einige konservative Räte enthielten sich jeglicher Beifallsbekundung. Alle drei, fuhr Farawin fort, auf die Eingangsformel bezugnehmend, mit der sie einst als Novizen in Shakara begrüßt worden waren. Alle drei haben wir euch in unseren Kreis aufgenommen, haben euch unterwiesen in der Kunst der Magie und haben euch teilhaben lassen in ihren Geheimnissen. Ihr habt Vollkommenheit erlangt, im Umgang mit der Gabe, die euch verliehen wurde, und ihr habt dem Orden, dem Reich und der Krone gedient, dem Eid entsprechend, den ihr geleistet habt. Van Darwin, bestätigten Granok, Alana und Aldor. In meiner Eigenschaft als Ältester des Ordens, der die Macht von Shakara repräsentiert, frage ich euch deshalb, wollt ihr euren Schwestern und Brüdern weiterhin die Treue geloben? Wollt ihr die Traditionen wahren? Wollt ihr eure Fähigkeiten weise und verantwortungsvoll einsetzen und zum Wohle derer, die ihres Schutzes bedürfen? Und wollt ihr dem Reich und seinem König, der hier vor euch steht und dieser feierlichen Zeremonie beiwohnt, auch fürderhin gefolgshaft schwören? Die Eingeweihten brauchten nicht lange zu überlegen. Schon so oft hatten sie den Wortlaut der Ernennung in Gedanken durchexerziert, dass sie ihn auswendig kannten. Tain Gawin entgegneten sie wie aus einem Munde. So kommt zu mir, Alana, Tochter der ehrwürdigen Gärten, forderte Farawin, woraufhin die Elfin einige Schritte vortrat. Nicht nur Farawin, sondern auch Elidor stieg daraufhin vom Podest und drei Diener kamen heran, die mit Leder umwickelte Stangen bei sich trugen, die Flasphüner der neuen Zauberer. Alanas blasse Wangen waren vor Aufregung gerötet und Kranok fand, dass sie wunderschön aussah, wie sie in ihrem schlichten hellblauen Gewand vor dem König und dem Ältesten stand, der zunächst einige leise Worte zu ihr sprach und sie dann aufforderte niederzuknien. Die Elfin tat wie geheißen und ist, eine Weise genannt zu werden, soll dein Name nicht länger Alana lauten. Künftig wirst du Thynia sein, die Blume des Eises. Unter diesem Namen wirst du in die Chroniken unseres Ordens eingehen. So erhebt euch, Meisterin Thynia, und nehmt euren Flasphyn entgegen, das Symbol eurer Macht und eurer Weisheit. Alana stand auf, und Farawin überreichte ihr den und mit einem glitzernden Elfenkristall versehen war. Anders als alle anderen Flasphyn die Granok je zu Gesicht bekommen hatte, bestand er jedoch nicht aus Holz, sondern aus einem rätselhaften, weißlich schimmernden Material. Es ist Il-Fuldur, beantwortete Farawin die unausgesprochene Frage, als Alana den Zauberstab entgegennahm, gewonnen aus den Stoßzähnen der Il-Fantodion, die auf dem Schlachtfeld zurückblieben. Nur wenige Weise haben je einen solchen Flasphyn besessen, aber wir erachteten es als passend und würdig. Er ist wunderschön, sagte Alana leise, während sie den Stab in ihren Händen wog, der wunderbar leicht und vollendet ausbalanciert zu sein schien. Ich danke euch von Herzen. Dank nicht mir. Dank dem Schicksal dafür, dass es euch solche Gaben verlieh, erwiderte Farawin, und indem sie sich tief verbeugte, trat sie zurück. Als nächstes, fuhr der Älteste fort, rufe ich Granok zu mir, den ersten und einzigen Menschen, der je in unsere Reihen aufgenommen wurde und der das in ihn gesetzte Vertrauen mehr als gerechtfertigt hat. mit pochendem Herzen trat Granok vor und hatte das Gefühl, dass sich sein Pulsschlag mit jedem Schritt noch beschleunigte. Was Farawin genau zu ihm sagte, bekam er kaum mit. Er sah nur die Augen des Ältesten, die in unverhohlenem Stolz auf ihn blickten, und das machte ihn glücklich. Wie in Trance sank er nieder, als er dazu aufgefordert wurde, und die nächsten Worte des Ältesten prägten sich unauslöschlich in sein Wiesen hast, ein Weiser genannt zu werden, sprach Farawin die vertraute Formel, soll dein Name nicht länger Granok lauten. Künftig wirst du Lurian heißen, der der Zeit gebietet. Unter diesem Namen wirst du in die Chroniken unseres Ordens eingehen. So erhebt euch, Meister Lurian, und nehmt euren Flasphien entgegen, das Symbol eurer Macht und eurer Weisheit. Seinen Zaubernamen zum ersten Mal zu hören und zu erleben, wie sein ehemaliger Meister ihn nicht mehr auf vertrauliche Weise ansprach, sondern die respektvolle Anrede gebrauchte, überwältigte Granok. In diesem Moment wurde ihm bewusst, wie weit die Strecke war, die er zurückgelegt und die ihn von den dunkelsten Gassen Anderels nach Shakara geführt hatte. Aus einem Dieb, der irgendwann am Galgen geendet wäre, ein Zauberer geworden. Wie unbegreiflich konnte das Leben sein. Tränen traten Granok in die Augen, aber er wischte sie rasch beiseite und erhob sich, um den Flasfin in Empfang zu nehmen. Wie Alanas war auch seiner aus Elfenbein gefertigt und dem oberen Drittel mit einigen Schnitzereien versehen, ansonsten jedoch gerade und schlicht gehalten. Ein Zauberstab pflegte dem Wesen irgendjemand sonst in Schakara genau die richtige Wahl getroffen. Mit einer tiefen Verbeugung trat auch Granok zurück und Farawin bedeutete Aldur sich zu nähern. Aldur Ranzon kam der Aufforderung nach, die Ehrfurcht seiner Vorgänger ließ er jedoch vermissen. Sowohl seine Haltung als auch sein Gesichtsausdruck verrieten, dass er sich nach allem, was er geleistet hatte, sehr wohl als würdig und wert erachtete, zum Zauberer ernannt zu werden. Aldur sagte Farawin zu ihm, während er ihn mit ruhigem Blick betrachtete. Seit zwei Jahren bekleide ich nun dieses Amt. Und es sind keine leichten Jahre gewesen. Dennoch sind nur wenige Entscheidungen so schwierig gewesen wie diese. Was für Entscheidungen, Vater? Wovon sprecht ihr? Deine Ernennung zum Zauberer, erwiderte Farawin hart, worauf die Selbstsicherheit in Aldurs Zügen Risse bekam. Verwirrt schaute er zu seinen Freunden hinüber, die dort als vollwertige Ordensmitglieder standen, ihre Flasphüner in den Händen. Auch Rambock hatte sich zu ihnen gesellt, der den Ereignissen staunend beiwohnte. Soll das heißen, ihr zögert, verlieh Aldur seinen Befürchtungen Ausdruck. Dass ihr mir die Ernennung zum Weisen verweigern wollt? Nach allem, was ich getan habe? Die Ernennung zum Weisen ist kein Anrecht, das man durch große Taten erwirbt, belehrte ihn der Älteste. Sie ist vielmehr ein Ausdruck der inneren Reife eines Kandidaten. Was du getan hast, Aldur, war heldenhaft und hat uns alle vor der sicheren Vernichtung bewahrt. Der Geist jedoch, in dem du es getan hast, wirft einen Schatten auf unseren Sieg. Einen Schatten? Du hast verbotene Pfade beschritten, hast Dinge getan, deren Ausgang du nicht absehen konntest, und euch alle damit gerettet, rief der junge Elf aus, nicht nur an Farawin, sondern auch an den König und die Ratsmitglieder gewandt. Das bezweifeln wir nicht, versicherte Farawin. Dennoch ist unstrittig, dass du dich dunkler Elemente leitet uns allen große Sorge, Aldur, des Aldurans Sohn. Von beiden Ratsflügeln kam Zustimmung. Und einmal mehr vermittelte sich Aldur der Eindruck, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und sich verteidigen zu müssen. Er holte tief Luft, um eine flammende Rede zu halten, aber es kam nicht dazu. Knie nieder, verlangte der Älteste. Er wollte mich zum Zauberer nennen? Das hatte ich vor. Auch wenn ich eingestehen muss, dass mir die Entscheidung dazu nicht leicht gefallen ist, bestätigte Farawin, während Aldur pflichtschuldig niedersank und den blonden Scheitel sinkte. Nachdem du die Prüfungen durchlaufen und dich als würdig erwiesen hast, ein Weiser genannt zu werden, soll dein Name nicht länger Aldur lauten. Künftig wirst du Rotgan heißen, der mit dem Feuer Chroniken unseres Ordens eingehen. So erhebt euch, Meister Rotgan, und nehmt euren Flasphyn entgegen, das Symbol eurer Macht und eurer Weisheit. Aldur stand auf und griff nach dem Zauberstab, der ebenfalls aus Ilfuldur bestand, aber anders, als Alanas und Granox mit alten Runenzeichen versehen war. Der Kristall am oberen Ende formte eine Spitze, die an einen Speer erinnerte. Stolz wog Aldur ihn in der Hand. Eine Woge der Genugtuung durchlief ihn dabei. Dann straffte er sich, und nachdem er eine Verbeugung vor dem Ältesten und dem König angedeutet hatte, fragte er, darf ich nun, nachdem ich ein vollwertiges Mitglied des Ordens bin, einige Worte an die Versammlung richten? Tarawin machte kein Hehl aus seinem Erstaunen. Deine Bitte ist ungewöhnlich, meinte er. Doch ich bin geneigt, deinem Ersuchen zu entsprechen, sofern die verehrten Ratsmitglieder nichts dagegen einzuwenden haben. Niemand widersprach, und so wandte sich Aldur den Versammelten zu. Ich danke euch, geschätzte Mitglieder des Hohen Rates, für das Vertrauen, das ihr mir erwiesen habt, obwohl mir einige von euch noch vor kurzem mit großem Argwohn gegenübergetreten sind. Dabei streifte er Rat Gerwan mit einem Seitenblick, den dieser jedoch an sich abgleiten ließ. Ich weiß, fuhr Aldur fort, dass viele von euch der Ansicht sind, der Dunkelelf wäre am Siegstein bezwungen worden, und dass wir nichts mehr von ihm zu befürchten haben, aber das ist ein Irrtum, Magog mag verschwunden sein, aber wir wissen nicht, diesem Augenblick einen weiteren Schlag gegen uns vorbereitet. Wir müssen deshalb wachsam sein, sowohl gegen innere als auch gegen äußere Feinde. Dessen sind wir uns bewusst, Bruder Rotgan, sagte Rat Syskoran, also bitte teilt uns mit, worauf ihr mit eurer Ansprache hinaus wollt. Ich möchte euch warnen, erwiderte Aldur prompt, worauf empörtes Gemurmel einsetzte, allzu selbstgefällig zu sein und euch in trügerischer Sicherheit zu wiegen. Für jemanden, der soeben erst den Grad eines Weisen erlangt hat, sprecht ihr reichlich kühn, meinte Rat Gerwan, findet ihr. Was, wenn ich euch sagte, dass ihr damals recht hattet, dass es tatsächlich einen feindlichen Spion gibt, in Shakara, und dass er mit großer Wahrscheinlichkeit auch für die Ermordung von Vater Semias verantwortlich war, fragte Aldur unverwandt. Statt ihn jedoch ausfindig zu machen und zum Schweigen zu bringen, habt ihr euch in kleinlichen Streitereien ergangen und der Gegenseite damit mehr genützt als geschadet. Heftiges Getuschel brach unter den Ratsmitgliedern aus, allenthalben gab es protestierende Zwischenrufe. Nicht nur der Inhalt von Aldurs Worten brachte die Ratsmitglieder auf, sondern auch die Art und Weise, wie er sie vortrug. Selbst Granok fand, dass sein Freund den Bogen überspannte. Aber Bescheidenheit war andererseits noch nie die Stärke von Aldorans Sohn gewesen. Bruder Rotgan versuchte Farawin die Wogen zu glätten. Nutzt seinen neu gewonnenen Status, um uns auf Missstände hinzuweisen, deren wir uns freilich bereits bewusst geworden sind. Wenn die richtigen Schlussfolgerungen aus dem zieht, was unsere jungen Freunde aus Nurmorod berichtet haben, der kann zu keinem anderen Ergebnis kommen. Sehr gut, Vater, anerkannte Aldor. Wenn ihr diesen Schritt mit mir gegangen seid, so seid ihr womöglich bereit, noch einen weiteren zu tun, der sich ebenfalls aus den Geschehnissen von Nurmorod ergibt. Und das wäre? Wir wissen, antwortete Aldor halb dem Ältesten, halb den Räten zugewandt, dass sich der Dunkelelf einer auch, dass eine solche Verbindung stets über ein Zentrum und drei Ausgänge verfügt, weswegen wir sie als Dreistern bezeichnen. Wenn Nurmorod das Zentrum bildet und der Siegfelsen eine Kristallpforte bag, so stellt sich also zwangsläufig die Frage, wo sich die anderen Öffnungen befinden. Durchaus nicht, widersprach Syskoran. Weshalb sollte es Magog nicht gelungen sein, eine einzelne Verbindung herzustellen, einen Tunnel gewissermaßen, weil das unmöglich ist, erklärte Aldur voller Überzeugung. Es hängt mit den Kristallen zusammen, die die Energie für die Schlundverbindung liefern. Ähnlich wie ein Kristall immer die gleiche Gestalt annehmen und eine bestimmte Anzahl von Seiten und Kanten hervorbringen wird, muss auch eine Kristallpforte stets über vier Zugänge verfügen. Es ist ein Gesetz der Natur, an dem auch Magog nicht vorbeikommt. Die Frage ist also, wo die beiden anderen Kristallpforten sind. Sie zu finden und endgültig zu verschließen, sollte unser vorrangiges Ziel sein. Was ihr nicht sagt, meinte Ratius Goran und gab sich unbeeindruckt. Wie ich annehme, habt ihr bereits Vermutungen angestellt. Allerdings, versicherte Aldur, ich vermute die dritte Pforte in Borkavor, denn das würde erklären, wie es Rurak gelingen konnte, von dort zu entkommen.